Lars, auf der Kante. Oh, oh, oh. Nein. Oh, nee, stehst du noch, stehst du noch. Fall nicht runter. Schön hinducken jetzt. Yeah. Lol. Aufheben. Ja, so ist perfekt. Guck doch mal hoch. Oh, wie süß. Mit dem Sascha da an der Seite. Guck mal hierher. Hallo. Wink doch mal. Ja, wink doch mal. Hallo. Oh, so schön. Mit den Enden im Hintergrund hier. Ja. Das ist ja cool. Mit Formation. Warte, warte, warte. Sag. Nochmal, jetzt. Warte, ja, warte. Cool. Oh, wie cool. Hallo. Guten Mittag. Guten Mittag. Warte, Jägerkollege. Zwei Salutschüsse für dich, mein Bruder. Ja, hol dir die Enden, Rasha. Das ist fleißig. Mhm. Wildschweinland. In der Umgebung sollen angeblich um die 80.000 Wildschweine leben. Schatz. In der Umgebung sollen angeblich 80.000 Wildschweine leben. Nicht bei dir zu Hause. Gut. Hattest du mich weggedisst. Meinst du, zu mir schaffst du es nicht mal einen zu jagen? Boah. Für hetzenvoll der... Hier ist ein Dings. Warte. Bleib stehen, du. Olle von uns, ich... Boah, hier sind voll viele. Alter, ich hab zwei gleichzeitig. Alter, hier ist ein fucking... Ich hab... Ich erschieß alle. Alter, warum stehen... Hier sind 50 Rehe. Alter, ich hab's bei dir. Alter. Zack, Kopfschuss. Zack, Kopfschuss. Zack, auch nochmal Kopfschuss. Zack, Kopfschuss. Was ist das? Und der nächste. Und... Ich komme. Junge. Ey, die laufen auch nicht weg. Die sind komplett behindert. Und der nächste. Bam, Hinterkopf. Oh, lass da mal so zwei liegen, Alter. Bam, und der nächste. Bam, und weg und zack und in. Zack, kennt ihr dieses Video mit Bruce Lee? Bam, Alter. Wo ich einfach alle weggenäß. Wie viel... Fick meine Eier. Fick sie einfach. Was ist das? Ich bleibe jetzt hier auch stehen. Dicker. Ich voll den Anfall. Wie viele Rehe. Hier ist ein viel zu weit weg. Alter, die Punkte. 6.000 Geld. Incoming. Ich schiebe es euch alle in den Kopf. Voll nah rein. Ab 300 Meter bin ich abgestiegen, damit ihr nicht abhauen. Oh Gott, Alter. Was ist... Und zack, der nächste. Und die ganze Muni. Und bam, für den Arsch, Alter. Und... Finish him. Bam, der nächste. Und da bleibt er wieder stehen. Und zack, nochmal in den Kopf, Alter. Und der ist... Okay. Und bumm, Alter, der nächste. Ist das dein Ernst? Ey, kein Scheiß. Kein Scheiß. Ich stehe hier rum. 50 Millionen Rehe. Laber. Oh, jetzt laufen sie alle. Jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt haben sie gepeilt, von wo die Schüsse kommen. Und das nächste. Einen kriegen wir noch. Ne? Sollen laufen jetzt in meine Richtung, Alter. Oder? Bam, nochmal ein hinterher und zack, auch nochmal. Ah, nachladen. So, jetzt wollen wir einsammeln. Wie viel haben wir denn hier umgeschossen? Ich ficke... Mütter. Ich schwör's dir. Was war denn das denn jetzt hier? Pass auf, ich zähle. Ich zähle. Alter, wie viele. Eins. Zwei. Drei. Drei. Trophäe bestätigen, okay. Vier. Ich hab gerade Schaden gekriegt, ich weiß nicht warum. Fünf. Krasse. Fünf. Warte, steigend. Sechs. Hier liegen noch so viele. Plus die anderen, die weggelaufen sind. Sieben. Boah. Und acht. Guck mal, du kommst kein Level höher. Neun. Da stand doch von dir schon. Ich hab neun Rehe erschossen. Kann das mal bitte einer klippen? Ich hab so geowned gerade. Ich hab nur noch 13 Schuss. Fuck, ich hätt mal den Revolver rausholen müssen. Ja, das auch. Pam, 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 pam. So, jetzt muss ich noch ein paar Blutspuren untersuchen. Das ist doch mal offiziell die geilste Kacke, die mir in dem Game jemals passiert ist. Diese scheiß Infopoints sind ziemlich oft buggy, ne? Ich kann den Arsch oft nicht eh drücken. So richtig oben drauf stellen, dich los springen. Ist das ein Bug da? Ja, das kann natürlich sein, dass das ein Bug war. Ah, hüpfen hilft. Danke. Muss auf jeden Fall ein Bug gewesen sein, Alter. Oh, ich hab das noch. Meinst du nicht? Mh, mh. Ja, eigentlich sollten die laufen, wenn eins tot umfüllen daneben, ne? War korrekt. Ich glaub, das waren gerade... Oh, fuck! Boah, hier ist gerade voll einer auf mich zugerannt. Wo ist der? Da. Nein, ich hab ihn nicht mehr mitgekriegt. Ja, bei mir, bei mir. Ich hab ihn. Da kommt noch einer. Na, rennen, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss einfach hier bleiben, ey. Oh, die ganzen Rehe kommen wieder. Ja. Digga, die ganzen Rehe kommen wieder. So geil, Rappels haben wir nicht stehen. Guck, da sind noch voll viele. Ja! Oh, hier unten ist auch noch eins. Hab ich nicht gekriegt. Ich muss mich eigentlich anschleichen. Ich muss jetzt nachladen und dann verfeuere ich die ganze Scheiße da rein. Das gibt es doch nicht. Wo sind wir denn hier? Da unten. Alter. Nur bei mir. Folie mir die Misse. Was geht mit dem... Ja, ich bin hier auch. Nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Wir laufen alle im Kreis, die ganze Zeit. Voll geil. Voll Rolf. Ich hab mich Fische aus dem Eimer angeln. Nein, aber die bleiben nicht stehen. Jetzt bleibt er gleich stehen. Hihi. Ah. Einfach draufnutzen. Oh, hier steht einer. Perfekt. Oh, nachladen. Fuck. Ich hab nur noch zwei Schüsse. Ich muss gleich näher ran. Ich muss gleich... Ich will den Dicken hier haben, Alter. So. Mit meinem Revolver. Gar nicht laut. Aber da vorne haben wir jetzt keinen umgenutzt, ne? Ne, ich glaube nicht. Da fängst du echt an, das Lollen anzufangen. Von Lolligkeit her. Ja, dann mal ein bisschen... Okay. Mal mal ein bisschen noch in die Richtung. Vielleicht finden wir noch die ein oder andere Leiche. Mal schon mal eine schöne Blutspur. So ein wirkliches Blutspur. Boah, die Blutspur führt direkt in die andere Richtung. Perfekt. Ah, guck, hier liegt noch einer. Ich will auch ein. Ich will auch ein. Willst du ihn aufheben? Willst du ein bisschen EP haben? Wie viel EP habe ich denn jetzt? 14.500. Was, wie viel Geld habe ich? Ich habe 14.867. Pfund. Pfund. Weiß. Und nochmal 1200. Alter Spalter. Hä? Was? Das war übel. Das war richtig übel. Da wurde... 振 kh. Expectier, bis zum ersten Mal noch fast das verraten. uba cup Miccos da eineruli.